Besonderes Angebot für begabte Gymnasiasten. Gestern und heute trafen sich 41 Schüler des Goethe-Gymnasiums Auerbach und des Pestalozzi-Gymnasiums Rodewisch zum vierten Lerncamp im Waldburg Grünheide. In den beiden Tagen bekamen die Jugendlichen einen Einblick in verschiedene Themenbereiche. Von der Spurensicherung und Kriminalistik über Druckverfahren bis hin zum Mini-Einführungskurs Chinesisch. Zudem erstellten vier Schüler unter der Leitung von André Zülke vom SAIK Plauen einen Film über das Lerncamp. Finanziert wird das Projekt durch das Netzwerk Gifted, zu dem neben 21 weiteren sächsischen Schulen auch das Goethe-Gymnasium in Auerbach gehört. Hauptanliegen des Netzwerkes ist es, Gymnasien in der Schul- und Unterrichtsentwicklung so zu unterstützen, dass besonders begabte Schülerinnen und Schüler erkannt und entsprechend ihrer individuellen Lernvoraussetzungen gefördert werden. Anfang November werden die Ergebnisse der Workshops bei einem älteren Orden vorgestellt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017